Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Sky Factory 4. Heute Abend gibt es wieder einen Livestream auf Twitch. Um 19 Uhr geht es los. Schaut vorbei, wenn ihr die Zeit in Lust habt. Und heute schaue ich mal, ob ich den Black Hole Generator, also den schwarzen Loch, Mega-Strom-Generator hinkriege. Und da gab es noch ein paar Kleinigkeiten, die nicht gestimmt haben aus der letzten Folge. Und ja, schauen wir mal, dass wir schon hinhauen. Let's go! So, da wäre ich wieder. Zunächst mal in der letzten Folge, der Reaktor hat noch nicht so ganz funktioniert. Ich muss noch irgendwie Meta reinschmeißen in den Reaktor selbst. Und ja, es gab keinen wirklichen Kommentar unter dem letzten Video. Ich habe eben gerade alle durchgeschaut. Nur einer hat gesagt, ich brauche zwei von den Fusion-Reaktor-IOs, denn dann mache ich da Meta-IO und mache ich die Meta damit rein. Nö, ich brauche die Meta-Decomposer, genauer gesagt. Also machen wir die nochmal. Und die sind auch, glaube ich, mal wieder ein kleines bisschen teurer, weil ich mir nicht ganz sicher, okay, das eine Teil habe ich zumindest schon drin. Warum habe ich schon wieder keine Platten? Ist ja unfassbar. So, dann Sticky Pistons brauchen wir. Jetzt brauche ich erstmal normale Pistons, genauer gesagt. Zwei Stück. Dann Sticky Pistons, zwei Stück. Dann brauche ich einen, also gut, den alles weiter muss ich erstmal haben. Dann brauche ich wieder so ein Integration-Matrix-Gerät. Da brauche ich erstmal so ein normales Ding. Dann braucht man, gut, habe ich alles besorgt, wieder das Orangene. Die habe ich hier oben und dann so ein Gerät nochmal. Meta-Energy-Conversion-Matrix. Ja, hätte ich sogar fast alles drin, bis auf hier oben an meiner Mob-Falle. Huch, hier ist ein bisschen laggy. Liegen hier tonnenweise Items rum. Aha. Ah, okay, das erklärt mal wieder einiges. Ah, ich habe vergessen, die Items zu löschen. Ähm, gibt es hier eigentlich irgendwas Interessantes, was ich so behalten will? Ja, nein, vielleicht. Nein, ich glaube, hier oben liegen ziemlich viele Items rum. Dann. Always on. Dann löschen wir einmal alle Items raus. Und der Vakuum-Hopper soll doch Sachen einsammeln. Äh, das wird ein bisschen lag reduzieren. Gut, ähm, ja, das passiert, war schlecht und hoffen wir jetzt, äh, geht's wieder. Gucken, wenn ich hier so ein bisschen reinschaue, ob hier wirklich nur Sachen reinkommen, ich auch lösche, ohne Ende. Aber, na gut, hier wäre jetzt aber so rausgefiltert worden. Ah, ein Zombie-Kopf wäre sonst noch alternativ da. Pink, da, hier irgendwas droppt pinken Farbstoff. Ja, okay, lag echt gut Zeug rum. Ähm, äh, passiert. Ich hab, äh, das hat's mal vergessen, ähm, zu löschen. Schau dir. So. Jetzt sollte, ähm, das alles passieren. Oh, hier ist auch noch drin. Legendary Tritanium Spine, Legendary Android Torso. Die gibt's, sind ja sogar noch irgendwie sortiert nach irgendwas. Melee Android. Ja, die sind irgendwie nach Seltenheit noch sortiert. Also, ich will nur überlegen, ob ich mich irgendwie zu einem Androiden später mal mache. Aber nicht, ich glaube ja nicht. Ich glaube, das hat auch jede Menge, äh, Nachteile. Deswegen bin ich da nicht so sicher. Ach du heilig, wie viel Zeug liegt hier damit herum? Ähm, ja, das darf sich mal eben verziehen. Aber ich hab jetzt Enderperlen. Ich war eigentlich, ich bin hochkommen, die Enderperlen zu holen. Okay. So, da wär ich wieder. Ähm, das hatte jetzt tatsächlich ein bisschen gedauert. Und, äh, war etwas Performance beeinträchtigend da oben, die ganze Geschichte. Aber das, ähm, sollte jetzt behoben sein. Ich hab ein paar coole Sachen rausgekriegt, so generell aus den, ähm, Mob Drops, als das alles noch blockiert war. Und zwar, ich hab Phaser Rifles. Ich hab zehn Phaser Rifles einfach bekommen. Und ein paar andere kleine Sachen. Das ist auch von Meta Overdrive. Das sind halt dicke Kanonen, mit denen wir hier dann Mobs schrittenen können. Also, ich hab jetzt keinen Charger in dem Sinne da, aber ich probier einfach mal. Zack, bam, okay. Und kann ich die eigentlich in... Was ist denn hier passiert? Oh. Ich kann, ähm, ist das normal, dass ich hier durch Wände sehen kann? Mit dem Gerät, weil Wasser wird im X-Ray mäßig angezeigt. Genauso wie ein paar andere Maschinen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Absicht ist oder ob das gerade mega rumbackt. Aber... Ne, das kann halt sein. Das ist nicht okay. Nur wenn ich die Phaser Rifle habe, backt es rum. Ansonsten geht's. Ich kann damit rumschießen auch. Und, ähm, ich würde mal gucken, was passiert, wenn ich die in den Charger lege. Okay, damit kann ich sie sogar wieder auffüllen. Okay. Mein Freund, absolut, hab ich eine Phaser Rifle. Genauer gesagt, zehn Stück. Ähm, genauso wie noch ein paar andere Dinger. Ach. Ach. Was war jetzt der Unterschied? Ich hab die beide genau gleich geladen. Nur, dass die andere jetzt ein weiterer MBT-Deck bekommen hat. E-Gal. Ähm. Egal, egal. Ich zieh mir mal hier jetzt den ISO-Linear-Circuit, irgendwas aus. Und machen wir endlich den Metal Decompose. Ich hab noch Ender-Perle besorgt und kann das Ganze jetzt craften. Ähm, nein, 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 ja, nein, 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 immer noch nicht. Warte mal kurz, das hat auch eigentlich gereicht. Ich hab doch jetzt, ähm, ich hab doch mehrere davon gemacht. Dann halt nicht. Also, einmal noch mal ganz kurz hier durchpfeifen. Äh, man muss die immer in so einem Moly Color Inscriber verarbeiten. Zu den gelben, zu den goldenen. Und dann die goldenen auch einmal zu diamanten. Und das dauert halt immer so ein kleines bisschen. Ansonsten kann ich ja fix durchcraften. Aber die Teile brauchen wir, damit wir Materie einspeisen. Und, ach so, ich bin ja auch ein Genie. Ich brauch doch zwei von den Meta-Decomposern. Beziehungsweise brauch ich überhaupt zwei. Ich glaub, einer könnte genauso gut reichen. Aber, äh, die Teile brauch ich. Und, äh, ja. Musste ich etwas Recherche betreiben? Anscheinend kennen nicht sonderlich viele von euch den Black Hole Generator. Naja, ähm, um, damit die Teile vollkommen stabil sind, hat man auch gesagt, man braucht eigentlich hier sechs davon. Also müsste ich ja praktisch noch mal so ein rundes Ding bauen. Im anderen Rhythmus. Ah, da muss ich mal schauen, ob ich das hinkriege. So, ähm, ich würde mal sagen, kriege ich eigentlich... Ja, das ist gut machbar. Jetzt wäre es natürlich noch geil gewesen, hätte ich das Ding auch aufgesammelt und wäre es nicht weggefloppert. Egal. So, der Meta-Decomposer und der kommt eben da dran und da können wir dann Sachen reinfüllen. Der braucht halt Strom und der braucht Meta. Und theoretisch kann ich ja einfach mit dem Kabel von dem Generator da reinschieben. Beziehungsweise möchte ich da jetzt im Fluxnetwork ein bisschen arbeiten, sodass, ähm, ich den Strom aus der Hunting-Dimension jetzt zu mir ziehen kann und dann hier verarbeiten kann. Und da habe ich dann eine zentrale Stromverteilungsstelle und wir gucken mal. Aber, ähm, gibt es auch stimmt, Energy Extraction Cable, Energy Cable. Ich benutze erstmal die, ja. Der produziert ja schon minimalst etwas Strom und das minimalst Strom, das können wir nehmen, um dann das Ding daneben zu bepowern, sodass da Meta reingeht. Eine kleine Preisfrage noch, sagt der Structure, okay, das scheint, 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 scheint zu funktionieren eigentlich, aber. So, Energy Extraction Cable. Warte, das mal auf der anderen Seite einfach mal so. So, von da nach da. Und der sollte jetzt eigentlich Strom kriegen. Und der sollte eigentlich Meta reinschieben. Macht er nicht. Nö, macht er nicht. Also, hier steht ja plus 108 FE pro Tick. Da dachte ich eigentlich, dass er schon mal überhaupt irgendwas macht, aber. Nö. Komm, man, okay, das Cyclic Cable. Wenn ich mal einfach irgendwie so einen billigen Generator oder so packe den daneben, Hauptsache erstmal kommt Meta rein und dann sollte es aber langsam anlaufen. Oder ich sollte durch mein eigenes Fluxnetwork, wenn ich mal schon ein Fluxnetwork erstelle, einfach mal was rüberschieben. Okay, pass auf, dann Fluxnetwork zuerst. Ich habe das bisher noch nicht gemacht. Sollte aber, glaube ich, nicht allzu schwer sein. Das ist nämlich von Edge Fluxnetworks. Also, diese Teile sind das. Die sehen halt ein bisschen anders aus. Ich habe es schon bei Katze gesehen gehabt. Wenn die dann letzten Endes platziert sind, ja, dann werden die halt farbig so. Und ich habe halt die Teile gesucht, die Flux Points. Aber die Flux Points, das sind halt die da Flux Points. Und, ähm, ja. Ich glaube, ich brauche ein Flux-Controlhule. Bin ich mir nicht so ganz sicher, aber ich denke mal schon. Und ich brauche generell Flux, dass es Redstone, welches im Ofen geschmolzen wird. Und da bin ich mal ganz großzügig im Spezialofen hier vorne drin. Der Ultimate Furnace. Hatten wir schon genauer, den zu craften. Aber, ja, so sollten Minecraft-Öfen generell sein, würde ich sagen. Also, da hat ja keiner was dagegen. Das ist, das ist ja... Kann man mal machen. Obdained by throwing redstone and fire all lava. Okay, ich mache es im Ofen. Ist mir die einfache Variante, als das irgendwo wegzuschmeißen. Okay. Dann habe ich Flux bekommen. Äh. Und vielleicht sollte ich auch mal add Flux, wenn ich mal hier bin. Äh, zunächst mal solche Teile da drüben einsortieren. Dann den, den, den. Und den und den Flux-Core. Und Flux-Blox. So, und jetzt habe ich erstmal alles wieder in meiner Zwischen-Craft-Leiste drin. Sodass ich da etwas besser arbeiten kann. Ich glaube, ich brauche einen Flux-Controller. Zunächst oder Flux-Blöcke. Nee. Flux-Cores. Und alles braucht in den Augen. Meine Güte, zum Glück habe ich da mal ein bisschen nachgefeuert noch. Teure Geschichte mit Enderperlen. Hätte man anfangs aber gar nicht machen können. Weil die Enderperlen, die fließen noch nicht so lange so gut. Gut. Dann brauche ich hier so, ähm, Blöcke. Ja. Das andere Flux tue ich mal in das System rein. Und schmeiße mal hier Dings drauf. Mache mal so ein paar Cores. Ich kann nicht einschätzen, wie ich dafür brauche. Aber jetzt erstmal her damit. So. Und dann Flux-Controller. Nein. Nochmal Flux-Blöcke. Flux-Controller. Ich bin mir nicht ganz sicher, für was ich ihn brauche. Aber ich manage his energy. Also steht schon dran. Manage die aber. Flux-Points. Dann brauche ich natürlich wieder Redstone-Blöcke. Am besten mit den Acorns einfach hier rein. Dann kriegt man aber die Dinger hier raus. Okay. Sollte auch wieder für alle Zukunft. Wahrscheinlich wieder nicht, aber reichen. Flux-Point. Nehme ich jetzt einfach mit. Gut. Dann brauche ich. Hier gibt es noch ein Flux-Blug. Um Energie hinzuzufügen. Mache ich auch mal. Nein. Mache ich auch mal, ähm, zwei Stück. Flux-Blug. Okay. Hat funktioniert. Hat nur ein bisschen, äh, kurz gedauert. Gut. Und einen Flux-Konfigurator, mit dem wir dann arbeiten können, denke ich. Okay. Und dann braucht man auch die Storages. Die einfachsten Storages gehen halt so und so und so und so. Wir brauchen wieder Blöcke und tollenweise. Ach du heilige. Jo. Ähm, jo. Und ich habe gedacht, die Sache mit dem Kurs, das ist, äh, nicht schlecht. Ich mache mal ein Stack hier durch. Ähm, dann mache ich hier auch nochmal. So viel ich kann gerade eben. 16 Stück. Und, ähm, hier kann der Strom gespeichert werden. Aber nicht sonderlich viel. Also zwei Stück habe ich gerade mal hingekriegt. Und die können dann 256.000 RF speichern. Währenddessen die dann 12,8 Millionen und die 128 Millionen. Aber hier brauche ich sechs von denen. Okay, vielleicht noch nicht. Ähm, ich werde das Netzwerk erstmal testen einfach. Ich glaube, man braucht ja so einen Controller. Also ich, ich weiß es nicht. Ich exempliere einfach gerade mal. So. Ähm. Gut, ich habe schon gedacht, hier kann man ein paar Sachen einstellen. Äh, da kommt der Wireless Charging, Homeless, bisschen Flux Network. Kann ich das auf meinen Namen festlegen? Network Settings. Network Settings. Ähm. Libug, Network to Edit. Aha, okay, ja. Äh, das ist auf Private. Sehr schön. Oh, wenn man draufklickt erinnert sich das. Allow Conversion. Also das man von FE zu EF und hinterherwechsel wahrscheinlich, ne? Ford Energy, Tesla, Redstone Flux. Ja, FE nehme ich einfach mal. Gut. Ähm. Kommen wir mal was Orangenes für den Sparky. Check. Okay, jetzt habe ich Sparky Phoenix Network erstellt. Access Private. Ähm. Hier steht drin, Priority. Brauche ich dann Priorität? Braucht keine Priorität, glaube ich. Wireless Charging Disabled. Kann man ja theoretisch dann mal einstellen, wenn man lustig ist, aber. Gut. Ne, ein neues Network würde ich nicht erstellen. Okay, soviel erstmal zum Anfang. Hier gibt es verschiedene Sachen, die angeschlossen sind. Okay. Dann, ähm. Einfach nur so. Weil ich es kann, backe ich da mal ein Cell drauf. Weiß nicht, ob das unbedingt muss. Aber ich mache mal einen Flux Plug. For adding energy to the system. Wenn ich da mal... Nope. Connect sehe ich nicht. Das ist ja schon mal gut. Spark entdeckt das Flux Network. Wie kann ich denn die... Meldet sich irgendwie noch nicht. Sagt noch nicht, dass es irgendwo connected. Okay, hätte das sein können. Ich würde den Generator erstmal zum Laufen kriegen, bevor ich mir die Flux Network anschaue. Ähm. Pass auf. Habe ich irgendeinen Billow-Generator? Irgendeinen so billigen, äh, Combustion-Calinary-Irgendwas-Generator. Da. Ah. Ja, warte mal ganz kurz. Ist hier nochmal drin? Nö. Der hat noch keinen Network-Namen. Aber so auf. Setzen. Rein. Sagt Phoenix Network. Ja, jetzt ist das Ding zumindest rot. Ah, okay. Ja. Ich bin immer noch zu blöd, das Ganze wirklich zu verbinden. Ah, okay. Das ist... Okay, jetzt erklärt mir eines. Äh. Ja. Ich würde sagen, ich muss mir den Mod unbedingt mal angucken. Habe ich das absolut nicht gemacht. Äh. Ich habe gedacht, das erklärt sich spontan. Aber irgendwie auch nicht unbedingt. So. Äh. Ein Billigen-Generator. Irgendwas, irgendwas Kleines. Einfach nur um ganz kurz. Generator. Simple Combustion-Generator. Komm, den bauen wir einfach mal. So, Hauptsache halt ein kleines. Das ist ein ganz kleines bisschen Strom. Und, ähm. Da kann ich einfach hier irgendwie Kohle oder sonst was reinschmeißen. Äh. Lipp. Cool. Herr damit. Herr damit. So. Und dann wird erstmal Strom gemacht. Sodass das Gerät, der Metal-Decomposer, irgendwie was macht. So. Und, äh. Der muss da Materie auch irgendwie reinschmeißen. Ja. Aber dafür brauche ich idealerweise Strom. So. Dann fange ich mal kurz da unten Dings dran. Und Combustion-Generator. So. Der hat jetzt irgendwie Saft. Naja. Gut. Naja. Gut. Also. Ich glaube, das kann noch ein Weilchen dauern. Verdammt. Und ich hatte schon gehofft, dass... Ah. So ein bisschen passiert hier. Ein bisschen was. Och Mann, ey. Jetzt muss ich mir das Flachsnetter jetzt mal angucken. Ich will doch nur ganz fix den Generator zum Laufen bringen. Ich muss jetzt mal schauen, wie hier der Aufbau von diesem Teil ist. Weil der sieht ja schon ziemlich krass aus hier. Aber deprimierend. Jo. Ähm. Soviel zum Thema. Simple Generator erreicht. Natürlich reicht der nicht. Natürlich wird der immer in ein schwarzes Loch gezogen. Und ich kriege die Sachen nicht ab und nie zurück. Ich mache nochmal einen heftigeren oder so. Ich upgrade den mal. Okay. Ich mache nochmal ein paar auch. Ein paar Speed Upgrades. Ich habe den jetzt komplett hier geupgradet. So einen Stack Ticker oder so. Dann habe ich den... Oh komm schon. Oh, ich habe ihn hingeschmissen. Ich habe doch eben gerade den Combustion. Okay. Da habe ich ihn doch. So. Ähm. Ich habe den geupgradet. Und, ähm. Speed Modifier. Theoretisch auch. Und dann würde ich für den Anfang mal versuchen, wie fix der jetzt läuft. Und dann... Das ist einfach nur die... Weißt du, so ein kleiner Kreislauf entsteht. Wenn ich den erstmal angeschmissen habe. Laut Theorie. Wenn er erstmal angeschmissen ist. Dann, ähm. Soll sich hier doch was tun. So. Damit er decomp... Oh, ich jetzt arbeite wesentlich schneller. Und damit der Decomposer sollte jetzt, wenn er hier durchgelaufen ist, die Diamanten in Meta decomposen. Das geht dann hier rein, füllt die Leist und der Fusion Reaktor fängt an Strom zu produzieren. Und dann kann ich ja kurzfristig mal kurz zur Seite leiten mit einem Cyclic Kabel, sodass es vollkommen ausreicht. Aber okay, der, 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 der ist schon heftig drauf hier. Der ist, äh, ziemlich heftig drauf jetzt. Und das müsste vielleicht funktionieren. Komm schon. Ich warte mal kurz ab, bis es einmal hier durchgelaufen ist. Und dann schauen wir mal, ob da was passiert. Okay, die Spannung steigt. Der Pfeil ist gleich durch. Ich hätte gedacht, dass es ein bisschen schneller eventuell geht. Also Suft ist ja jetzt da. Aber, ähm, der müsste jetzt gleich was durchwerfen. Der Pfeil müsste von neuem beginnen. Come on, tu mir den Pfeil. Aha! So, und jetzt hat sich den Kleinstwissen gefüllt und der Reaktor fängt an Gas zu geben. Meta 12%. Eigentlich sollte der ein bisschen sich jetzt hochfahren hier. Und die Frage ist, wie lang das dauert. Okay, es scheint ein sehr träges Gerät zu sein. Sehr, 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 sehr träges Gerät, was ein bisschen in Schwung kommen muss. Hätte ich irgendwie nicht gedacht, aber... Okay, aber zumindest tut sich jetzt schon mal was. Und die Stromproduktion sollte langsam hochgehen. Ähm, Mörder wird hier reingeschmissen. Und ich darf mal neue Dears besorgen und so. Ich muss das generell versorgen mit Items. Ähm, eventuell, dass sie da auf Dears reingefüttert werden. Plus er wird halt selbst sein Strom ausgeben und alles mögliche. 0,1% einfach mal. Jo, also... Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube irgendwie... 0,001... Meter... 1000 Meter pro Tick oder so wird hier verbraucht. Ähm, dafür wird Strom produziert und... Bei 100, wenn das hier voll ist, dann produzieren wir diese Stromrate. Naja. Aber das Ding muss ich erst mal füllen, Stück für Stück. Je mehr wir haben, umso... Oh, steppier da wird's dann. Okay. Soviel aber zum kleinen Zwischenschritt. Und, ähm, ich denke mal, dat it's... Schon mal net schlecht. Wir sehen uns im nächsten Video, beziehungsweise heute Abend im Livestream. Und bis dann, lass kachen. Und tschüss. Und bis dann, lass uns. Bis zum nächsten Mal.